Ich bin Jesa vom Treibkomitee der Pflichte, ich bin Schülerin und auch beim öffentlichen Schul- und Unistreik. Ungerechte Bezahlung, wenig gesellschaftliche Anerkennung der sozialen Erziehungsdienste, beurkende Fassaden. Eure Lehrbedingungen sind unsere Lernbedingungen. Wir sind heute hier, um euch bei eurem Kampf zur Seite zu stehen. Denn es ist auch unser Kampf. Wir sitzen in einem Boot. Wir haben für bessere Bildungsbedingungen, für gleiche und gute Bildung für alle, für besseren und gerechten Lohn. Wir als SchülerInnen, unter anderem des öffentlichen Schul- und Unistreiks, solidarisieren uns mit euch und hoffen, dass ihr euch da auch bei unserem nächsten Schreik mit uns solidarisiert. Denn nur gemeinsam, wenn wir viele sind, lassen wir Kämpfe gewinnen. Herzlichen Dank. Applaus